Hallo, mein Name ist Jonas Frank, ich bin 31 Jahre alt, verheiratet und lebe in der Kernstadt. Ich kandidiere für den Ortsbeirat in Laubach und die Stadtverordnetenversammlung, weil ich glaube, dass es in Laubach viel Potenzial für positive Veränderungen gibt und ich meinen Beitrag leisten möchte, das Ganze konstruktiv anzupacken.